Abendrot, gut Wetterbrot, Morgenrot, schlechte Wetterdot und es gab heute Morgen in Saarbrücken einen wunderbaren Sonnenaufgang. Überhaupt in beiden Teilen der Südwesthälfte war es vorübergehend teilweise klar und es gab einen schönen farbenfrohen Sonnenaufgang. Die letzten Wolken zogen ab aus der Nacht und die nächsten kamen von Südwesten herangezogen und so wird es in den nächsten Tagen weitergehen. Wie hier in Heiligendamm, trüb und trist, grau in grau. Wir werden sehr wenig Sonne in der nächsten Zeit haben. Bedingt einerseits durch die Tiefs, die südlich von uns ihre Kreise ziehen und auf der anderen Seite durch dieses kräftige Nordeuropa hoch. Das sorgt für eine kräftige bodennahe Ostströmung und mit der kommt in tiefen Luftschichten feuchte und kalte Luft herangezogen. Und obendrein kommt die Luft noch von schneebedeckten Gegenden, das heißt sie ist und bleibt kalt und Schneedecke haben wir vor allen Dingen noch nach Südosten zu. Im Nordosten wird es auch ein bisschen Neuschnee geben und zwar in der Nacht. Hier fällt gelegentlich ein bisschen Schnee. Anfangs ist es auch noch Schneeregen und auch am Alpenrand fallen ein bisschen Schnee. Anfangs in tiefen Lagen Regen und im äußersten Südwesten ist es auch Regen. Das Ganze hier nochmal mit den Symbolen zusammengefasst. Glättegefahr besteht dabei vor allen Dingen im Nordosten. Die Temperaturen liegen hier bei unter 0 Grad, nach Westen zu bei etwas über 0 Grad. So plus 3 bis minus 3 Grad ist der grobe Range. Am Montag tagsüber schneit es im Nordosten gelegentlich ein bisschen. Auch am östlichen Alpenrand fummeln sich ein paar Schneefälle durch den Tag. In tiefen Lagen wie im Rottal und an der Donau sowie am Innen ist es dann auch Schneeregen oder Regen. In den Symbolen zusammengefasst eher trüb und trist am Vormittag und am Nachmittag. Mit einer Ausnahme im Südwesten. Da kommt ein bisschen die Sonne zum Zuge. Hier sind es bis zu 8 Grad, in der Osthälfte um die 0 Grad. Der Wind dazu kommt aus nordöstlichen Richtungen, ist ziemlich unangenehm und lässt uns die Temperaturen deutlich kälter vorkommen. Im Südwesten mit Sonne und wenig Wind fühlt es sich sogar ein bisschen milder an. Und in den nächsten Tagen geht es von Osten her kalt weiter. Die Kälte hat uns im Griff und von Nordosten her gibt es zunehmend Dauerfrost.